Voll Lust zu spielen. Deswegen ziehen wir das jetzt durch. Wir sind dabei stehen geblieben. Die gute Lisa zu befreien. Wie heißt sie? Ja, Lisa. Wir wollen mal schauen. Das soll direkt hier sein. Schön schlafen gehen, Mädchen. Und dann gucken wir mal hier. Gott, verdammter Ripper, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt, ist ich schwer bei Gott. Ach, was rede ich? Ich krieg euch all. Egal, ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa. Ich komme. Der ist sauer. Okay, hier schon hinweist. Was ist das? Lisa? Hat sich ein gehalten, der keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren. Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden Einzelnen von euch um. Ah, er ist ein bisschen angepisst, der Boy. So, einen von denen haben wir schon mal. Ja, er kämpft da mit irgendjemandem. Offensichtlich der Einzige hier. Warum findest du nicht den Weg? Die sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Hier immer schön gucken, wie wir den fallen. Genau unter uns sollen Feind sein. Ich glaube, wir gehen in eine Höhle gleich. Was ist denn mit denen los, Alter? Oh, der hat einen ganz schönen harten Knüppel da liegen. Wie ist denn der? Schlechter als meine Keule. Schön, die aufschlitzen. Das ist immer geil. Kein COD-Stream, wie im Video gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht. Und ich habe jetzt keinen Bock auf COC. Ich habe mehr Bock auf das Game. Bei COC kann ich eh gerade nichts machen. Und erstmal Hallo. Das ist halt irgendwie zwei Tage oder so. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir auf Seasonende warten. Und ich will ein bisschen das Spiel hier spielen. Und dann später nochmal habe ich Lust auf Horizon. Ich möchte gerne den Horizon DLC beenden. Weil der DLC auch mal zu Ende gemacht werden kann. Weil wenn wir den DLC von Horizon nämlich zu Ende haben, dann können wir nämlich schon mal mit Shadow of the Colossus separat anfangen. Da habe ich nämlich übelst Bock drauf. Auf Shadow of the Colossus habe ich richtig Lust. Ich dachte, da war was. Äh, äh. Das ist so mein Plan. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Bock auf so... Jetzt in der letzten Zeit, also ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich Konsole spiele, desto weniger Bock habe ich auf PC-Spiele, ne? Spürst du es jetzt? Ja! Übelst krass eigentlich so. Keine Ahnung. Ja, man sagt es, ne? Es ist Freak halt. Das Ding ist, der Typ hat doch bestimmt Steine. Ne, da kann ich doch hier mal... Hat der andere Idiot nicht mehr mitgekriegt. Ein leeres Gefäß. Ha, ha, ha. Jeder Schnitt wird sich befreien. Hexer. Die Freien regieren die Welt, ha? Keine Ahnung, dass man die Leute nicht befreien kann, die Leute. Das wäre cool. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Alice? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Wir müssen erwachen, wenn wir sehen wollen. Carlos' Worte leeren uns. Um frei zu sein, steigen wir hinab. Wir folgen dem Weg. Wir durchtrennen was, was es hält. Oh, der Brüner Carlos. Er hat zu uns gesprochen. Ich erbebte beim Klang seiner Stimme. Er wies mir den Weg. Ich bin ein Geist. 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 Er ist ein Geist. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben jetzt sie totgeschlagen. Das heißt, die hinten haben das nicht gehört. Das ist schon mal sehr gut für uns, würde ich sagen, oder? Wisst ihr, was geil an der Capture-Karte ist? Ich bräuchte nicht mal... Ich bräuchte nicht mal den Fernseher benutzen. Ich könnte eigentlich hier... Ich gucke mal, wie das mit OBS ist, das zu spielen. Sieht nur ein bisschen kleiner aus, ne? Ich finde irgendwie, man kann mehr sehen, wenn man den Monitor benutzt, den anderen. Weil der Gaming-Monitor für schnelle Spiele wie Shooter, der ist nur 32 Zoll groß. Und der andere Monitor ist halt extravagant, so ein bisschen. Der ist 40 Zoll. Und da sieht man dann doch schon ein bisschen mehr. Wir haben doch einen Schalldämper, ne? Was cool ist, wir haben einen schönen Schalldämpfer dabei. Dann geht das schon. So, dann müssen wir mal gucken, was hier sonst noch... Halt durch, Lisa. Egal, was sie mit dir machen, halt einfach durch. Die gehen davon aus, dass man hier übelst für rumschießt. Deswegen haben sie hier einen ganzen Karton mit Munition. Hier vorne steht einer. Lisa, ich werde dich retten. Ich liebe dieses Sneaky-Spielen. Was ich auch noch gesehen habe, ich habe noch ein Spiel von damals. Das habe ich nie durchgespielt. Sticks, Deadly Shadows. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel. Nein. Viel mit Schleichen und so. Jemand sollte jetzt direkt über uns sein, angeblich. Ah, da oben ist noch einer. Ich habe eine Idee. Weil der... Eine... Der eine ist ja da oben. Ich habe nur keine Lust, dass der den sieht. Deswegen schieße ich dem erstmal in den Kopf. Wir warten, bis er runterkommt. Wir müssen den hinter dem Stein irgendwie erschießen. Ist immer doof, dass man die vorher markieren muss, um die... Um da was zu machen. Geil wäre, wenn man die... Leute sieht und gleich... Irgendwie markiert werden, automatisch. Nicht, müsste der eine da oben ja noch stehen. Die Verirrten sind da. So. Zwei haben wir schon erschossen. Drei. Jede Menge von denen sind schon weg. Aber bis jetzt haben wir noch alles sneaky gemacht. Das reinste Labyrinth hier. Hier ist kein Mensch. Ich wollte gerade sagen, entweder da kommt gleich einer, oder es wird auf dem Rückweg ordentlich Ärger geben. Was war das? Der hat Molotow-Cocktails. Ah, ist gut. Der kommt direkt auf uns zu. Dann können wir ihn tot schlagen. Oder auf dem Rückweg. Passt doch. Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. War immer schön, wenn man gewärmt ist. Dieser muss da oben sein. Ich glaube, jetzt ist das Schleichen vorbei. Ab jetzt. Was haben wir denn da? Komischerweise wusste der eine, dass wir kommen. Oder? Was sagt ihr? Wer weiß, dass wir kommen. Ja, da oben. Die Waffe ist geil. Da kann man nicht mal durch. Da haben sie diese Spießstöcke gemacht. Ich glaube, auf dem Rückweg wird hier ordentlich geballert. Okay. Woher wissen die denn, dass ich hier bin? Warum ist der Sniper, den müssen wir unbedingt wegholen. Das ist ganz cool gemacht, bei manchen Spielen schießt du da gegen den Stein, weil die Hitbox von dem Stein irgendwie groß ist. Wo, wo, ach da oben? Wir müssen aufpassen, irgendwie höre ich hinter mir was. Nein, er ist hinabgestiegen. Der Kollege kriegt erstmal einen Headshot. Nein. Irgendwo da oben sind die. Zum Glück ist unsere Keule echt krank, ne? Da oben ist er. Komm, zeig doch mal dein Head, Alter, du kleiner Wichser. Was haben sie getan? Lieb. Oh man, Lisa. Verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa. Lisa. Hey. Nein. Nein. Lass dir, lass dir. Lisa, ich bin's. Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst da hinlaufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Hä? Los. Oh. Sie sieht ja so aus, als hätte sie es super eilig. Ja, wir müssen zum Bike. Jetzt geht's hier los. Nein. Nein. Lisa, runter. Versteck dich. Du wirst frei sein. Greifen. Da ist er. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Wir haben sie. Scheiße. Bewege. Bewege. Befreit ihn. Schon raus. He. Er rührt sich her. Flackiert ihn. Er wird ihn absteigen. Zeig ihm den Weg. Verletzte. Verletzte. Ja, ja, sehr gut. Richter. Lauf. Perfekt. 71 Schuss. Passt du ordentlich was ins Magazin? Holy shit. Wat? Los. Los. Du ziehst über die und dann triffst du halt einfach. Und manchmal ziehst du unter die und triffst nicht. So ist das manchmal, liebe Leute. Oh nein. Lauf zum Besucherzentrum. Los. Los auf ihn. Oh nein. Ah. Ah. Was ist denn das? Oh. Was ist denn das? Das ist nur noch der eine da vorne. Oh. Ah. 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 Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Ähm, gut festhalten. Fahren wir jetzt zu einem Camp, das wir noch nicht kennen? Ja. Wir fahren zu einem anderen Camp hin, oder? Weil das ist das nicht, Iron Mike. Wir... Verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahr jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht als Brüser und du hier wechselt? Äh, das, ja. Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, äh, kein Kind. Eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Äh, äh, du hast eine Überlebende? Und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ja. Ricky. Bringen sie mal an. Äh, ja, okay, ja. Gern geschehen. Äh, ja, okay, man. Gern geschehen. Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er, äh, er ist okay. Er schreit gern rum. Also, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verstanden? Okay, ähm, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, äh, er geht zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir. Du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du, ähm, also auch wenn du, äh, Scheiße baust. Oh. Die Unterhalte sind immer so peinlich für ihn, glaube ich. Hey, Ricky. Hey, Deak. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Äh, äh, Lisa, das ist, äh, Ricky. Sie wird dich, ähm, an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deak. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte nimm sie mit, okay? Hm? Was ist mit ihr, Deak? Was ist mit ihr, Deak? Sie wurde... Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh, mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich... Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische... Oh, mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Pssst. Hm. Die Unterhaltungen sind immer so awkward, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob du reden würdest, wenn du gerade von so Leuten fast vergewaltigt wurdest. Bisschen aufgeschnitten bist im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du da auch reden würdest. Das ist halt nicht ganz so geil. So. Wo ist da oben jetzt das Fragezeichen gewesen? Ich check das immer nicht. Na egal. Brumm, brumm, brumm. Aber die Unterhaltung so zwischen ihnen und den anderen ist halt immer so... Wie soll man das sagen? Unangenehm? Hm. Er ist halt nicht der beste auf die Unterhaltung. Aber sie ist halt, ja... Die hat halt viel durchgemacht, ne? Die alte. Also das kleine Mädel. So, hier kann man jetzt das Fragezeichen. Deke, hörst du mich? Hot Springs to Deacon St. John. Taka, ich hör dich. Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Nein, Tuck. Nein, die, äh... Die Ripper haben sie übel zugerichtet und, äh... Sie hat's nicht geschafft. Verdammt! Wir brauchen sie. Jetzt wird das Graben noch länger dauern. Äh, sie ist mal positiv, Tuck. Ein hungweger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's ihr bald keinen mehr zu füttern. Taka, Ende. Ja, okay, ich, äh... Ich kümmere mich daran. Ah, also, wir sind ja Kopfgeldjäger und wir sollen für sie jetzt eigentlich nur Leute finden, die bei ihr arbeiten. Das ist geil. Copland an Deacon St. John. Kommen. Deke, bist du da? Ja. Ja. Das war's für heute. Ah, dann mal hoch. Ruhe dich aus. Mal gucken, ob es jetzt vorbei ist. Er müsste ja hoffentlich auch den Tee getrunken haben. Ah, wir sollen selber pennen. Sie wollen, nein. Gleich haben sie mich. Oh, scheiße. Usa, was ist los? Wie kommst du hier rein? Wow, 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 wow. Bleib da sitzen. Usa, hör zu. Bleib sitzen. Ich bin's, Dick. Jetzt mal ganz ruhig. Komm, ja, nicht mehr. Lass uns reden. Ich bring dich auf. Das ist alles gut. Gib mir das Gewehr. Los, gib mir das Gewehr, Mann. Oh, scheiße. Verdammte Scheiße. Busa, was zum Teufel? Ich, ich hab sie gehört. Stimmt. Scheiße, Scheiße. Aber, Dick, du hast sie gehört, oder? Nein, Scheiße hab ich gehört, Busa. Du hast ne Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch. Hast du, Busa. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts anzuzählen. Lass uns überlegen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Der Typ ist ja übelst kaputt, Mann. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Also, ich dachte, da wär was. Weißt du? Langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es, es war, es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Alter, er ist hart im Eimer, Mann. Ich konnte sie hören, Dick. Ich, ich hörte sie, Dick. Schritte, sie, sie, sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Das wäre viel geiler, wenn wir ihm so die Kugel geben. Er ist zwar bester Freund und so, aber ich glaub, der ist doch fertig, oder? Ich brauch keine Hilfe. Ich kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Okay. Okay. Das Laufen ist. Ich, ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich, ich... Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt. Halt, warte. Was? Wohin fahren wir? Ich, ich will nicht. Das ist nur eine kurze Fahrt, Buser. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, ja, okay. Das, das ist gut. Luft. Okay. Der macht eigentlich hier immer die Tür auf den Zug. Wohin? Fahren wir? Leak! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja. Ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute. Alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Buser. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Ja, zu. Spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese, diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja. Ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Buser. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Auch wieder recht, ne? Aber wir fahren jetzt raus, außer Merz. Das ist ja cool. Das heißt, wir werden jetzt was Neues erfinden, oder was? Oh ja, guck mal, wie weit wir raus waren. Wir fahren zum Lost Lake. Das ist ein infiziertes Gebiet hier. Tankstelle. Tankstelle. Jo, 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 die Kay, was geht? Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da hinkommen. Merkt ihr auch bei so Sequenzen? Da wird das Benzin ausgeschaltet, ne? Ja, wo ist denn rechts? Benzinanzeige. Oh, die Map ist aber ganz schön groß, kann das sein? Wenn das hier jetzt so noch Extragebiet ist mit Infizierten... Ja, guck mal. Die ganze Map hier ganz unten, das gehört ja alles noch dazu. Oh, wow. Okay, die Map ist echt groß, Mann. Man kann nicht weiter rauszoomen, oh. Oh, die Map ist echt groß. Normalerweise müsste auch ein bisschen Musik dabei laufen, aber... Ja, die Musik habe ich auch. Wir kennen das ja mit unseren Urheberrechtstreffern, da habe ich gar keinen Bock drauf. Was machst du da? Nichts. Mach dich schön hüpf, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach... ...der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, 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 Mann, ich hab... Ich schnauze Fall. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Dick. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wiederseht. Ah. Und wenn er das sagt... Der Alter erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein, nein, nein. Das vergisst er nicht. Hey, hey, du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn Freaker vorbeikommt... Ja, 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 ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Das sind aber keine Feinde, oder? Doch. Entdecken. Wenn du entdeckt wurdest, suchen deine Gegner dich an dem Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Um nicht geschnappt zu werden, solltest du dich... Äh, solltest du dich versteckt halten. Zum Beispiel in einer Mülltonne oder in Hohen Grafs. Verdammter Käfer. Scheiße. Wir sollen das Hempel wachen und uns hier keinen Unterholen. Scheiße. Könnte ein Ripper sein. Oh, gegen uns beide. Echt, Dick. Wir schnappen sie uns mal vor. Nein, 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 nein. Das haben wir auch gedacht. Ich und dieser Kerl, Addys Bruder, war mal Patrouille, warst du hier ganz in der Nähe. Wir hielten uns im Schatten. Es war Nacht, aber der Mond schien hell. Und naja, Ripper lieben die Nacht. Wir haben sie gehört. Darf ich keinen töten? Wir sind wie Freaker, als kämen sie direkt aus der Hölle. Hä? Darf ich den nicht töten? Ja, und Musik lief im Hintergrund, ja, stimmt. Hier ist was. Wer war das? Oh, ich darf wirklich keinen töten. Okay, ich soll da nur ins Camp rein, also. Ohne Leute umzubringen. Das ist aber schade. Ich wollte echt ein paar Leute mal ein bisschen verprügeln. Das geht wohl nicht. Naja. Das ist das Leben, ne? Da sollen wir hin? Ich glaube, das wird nicht so einfach. Überlebenshinweis. Ziele mit L2 und L2, um einen Stein zu werfen. Was? Hier ist was. Hier ist was. Hier ist irgendwas. Wie läuft's? Hey Mann. Ninja-Style nennt man das. Bitch. Schön ruhig und langweilig, wie es sein sollte. Was hast du später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Da oben sollen wir hin. Okay, Lisa heult die ganze Zeit. Vielleicht hat sie begriffen, dass das nicht hilft. Sie ganz schön lange nicht mehr gesehen. Ich möchte gerne mal wissen, warum die die ganze Zeit heult jetzt. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Gucken wir mal, ob wir von hinten rein können. Was war das? Hier ist ja keiner drinne. Hier bist du! Rührst du dich nicht, hä? Er hat sich verkrochen! Bewegung! Ups. Hi, Killer. Komisch. Also wir müssen da irgendwie durch. Was gibt's? Was geht? Was geht? Okay. Wir sind jetzt auch geduckt leiser, ne? Einfach durchlaufen. Ja, ich glaub so einfach ist es nicht. Oh oh. Wir hatten Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Oh scheiße, Iron Mike. Skizzle, du Dreckskerl. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen oder die Ripper werden. Skizzle, lass gut sein. Da ist Iron Mike. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp. Und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Norden. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab es einen Ripperangriff. Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein. Aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Da kann ich nicht längst. Hey, wer war das? Sie sind nicht hier. Aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihrem Kram einmisst. Du hast es gesagt. Nicht ich. Echt nicht lustig. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Eddie hier ist. Ich will selbst mit den Männern reden. Okay, ich soll hier in dieses Haus rein. Eddie kümmert sich um sie. Ohne dass wir hier erwischt werden. Willst du sie angraben? Oder geht ihr dabei an her? Nein. Ich bin nur neu. Ich hatte Kürchendienst und sahen. Ich bin ein Pionier. Gut aus. Die ist natürlich abgeschlossen. Dann sind wir hier wieder. Bitte und zwei Sekunden später kam Eddie. Die gründelte ihn nach Ricky. Tja, das wird übel enden. Warum meinst du das? Es geht so, ist hinter ihr hierher. Eddie? Ein Mann. Sie beißt ihm den Kopf ab. Ricky. Kann der hier rauf? Hinten sind alle Fenster zu, außer hier. So. Wo können wir hier rein? Die Tür ist zu. Benutz Steine. Ja, Steine. Ja, ja, ist mir schon klar, aber... Das Einzige, was ich machen kann, ist das hier. Okay, Steine kann man schon mal nicht einwerfen. Hier ist doch was. Guck mal, wie er da reingeiert. Wie läuft's? So, mal gucken. Wir müssen irgendwie in das Haus. Das ist aber abgeschlossen. So, man kann's einfach aufbrechen. Weiß ich ja nicht, ey. Das war's. Wie geht's denn? Sag auch. Wir sollen hier was klauen. Was klau ich denn da? Ach so, für meinen Bruder oben, ne? Der hat ja ne Blutvergiftung. Glaubst du, er? Ach, verdammt. Hi, Ricky. Hi, Addy. Äh, ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein raus. Nein, Mann. Was machst du auf meiner Kampenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt nen Code. Richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lass es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, gilt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Buser ist krank. Er hat ne Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist und mir ist egal, was allen Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Sie ist irgendwie sexy, die rechts. Mit ihrer Knarre. Ich mag die. Ich mag eh immer alle. Bleib bei deiner Folge. Warum kann ich hier nicht schneller gehen? Das nennst du ein Bike. Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Sieht doch gut aus. Jetzt beschwere ich mich auch noch, oder was? Beschwere ich mich auch noch. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky. Was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Warte, 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 Moment. Einen Augenblick mal. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rope Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße. Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Und was, was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Fawkes jahrelang alleine überlebt. Ja? Dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. So. Ist er da? Ja, er ist da. Wer ist da? Hau ab oder ich puss dir den Kopf weg. Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, hey. Ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky? Tamelo? Ja. Ein vom Tamelo zum Lost Lake? Ja. Warte, warte. Das stimmt. Wie, wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was soll ich tun, ha? Ich weiß nicht. Vielleicht Fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt, falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon. Komm schon. Das kann ich allein. Ricky. Ja, dann hüpf mal rauf ins Bike, Boozer. Und lass dich nicht stehen, du Pflaume. Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagt, sie würde sich deinen Arm mal ansehen. Und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein. Du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer. Es ist doch nur für ein paar Tage. Und wir holen uns was für deinen Arm. Nein. Du weißt, wie es da läuft, Deak. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Spring, sondern Lost Lake. Iron Mike. Weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Es ist eine Ewigkeit her. Das Camp wurde ausgebaut. Sie... Es gab mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden. Wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Hm. Offensichtlich haben wir Ärger mit Iron Mike. Wegen irgendwas von früher. Okay, also. Ich gehe zurück und sehe nach ihm. Ob er okay ist. Reikling? Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber... nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Jetzt geht das nämlich mal mit dem Bruder weiter. Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper. Südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen ein Deal vorschlagen. Wie Iron Mike. Ricky, er... versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinem Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt geht. Ich bin gespannt, was jetzt geht. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten, er... Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser scheiß Kerl ist und weißt, was er... Genug jetzt. Und du? Du steckst das Ding weg. Mike, Deacon war der, der mir das Mädchen brachte. Ich weiß. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch nen Biker. Macht mal halblang. Ich brauch nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst. Ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Bruiser brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du solltest dich schon vor Wochen darum kümmern. Du arbeitest also nicht mehr für Taka. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Taka. Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Busa kümmert und wir erstmal hierbleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Wie alle taten Dinge. 100 Prozent, bam. Iron Mike. Okay, Vertrauen. Okay, auch hier müssen wir wieder Vertrauen anhäufen. Ziel, ich muss Busa am Leben halten. Er ist mein Bruder. 71 Prozent, bis er tot ist. Kann ich das verhindern? Alles, was wir haben, verdiente Lebensunterhalt. Bleib bei deinem Freund. Check ich nicht. Checkst du das, Killer? Also, ich weiß nicht, was man damit meint. Weil oben ist jetzt 71 Prozent und dann dieser Sensenmann. bedeutet ja, dass er fast tot ist. Und dann steht da unten jemand, den ich mal kannte. Alles, was wir haben, muss ich da so Missionen vorziehen, damit er nicht stirbt, oder? Das ist keine Auswirkung. Eine Drifter-Armbrust. Jetzt haben wir hier ein neues Camp. Ja, das kapiere ich auch nicht. Bei mir ist es, ist er bei 85 Prozent. Also, auch wo du hier warst, oder ist er schon, weil du weiter bist, bei 85 Prozent? Ah. Bis zum nächsten Mal.